Was macht ihr? Die RWTH ist eine weltweit anerkannte Universität. Bei uns erlebst du, wie wir mit unserer Forschung die Zukunft für morgen gestalten. Warum sollte ich bei euch arbeiten? Wir sind mit über 700 Auszubildenden der größte Ausbildungsbetrieb in der Region. Wir bieten dir einen sicheren Ausbildungsplatz mit überdurchschnittlicher Bezahlung. Und das Besondere bei uns ist, dass wir zahlreiche Seminare und Praktika haben und einen internen Zusatzunterricht und ganz besonders eine umfangreiche Betreuung. Dankeschön, Christina. Wie ihr seht, arbeiten wir an der RWTH Hand in Hand, denn gegenseitige Unterstützung ist uns besonders wichtig. Wem sucht ihr? Bei uns ist jeder willkommen, der Bock auf eine vielseitige Ausbildung hat. Denn mit 26 verschiedenen Ausbildungsberufen und einem dualen Studiengang ist hier für jeden was dabei. Wenn du also Lust hast, deine Zukunft mit uns zu gestalten, dann melde dich bei uns.